Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Körper und Geist heilen anzunehmen bei Yol der Urwalte in Zuldasav an dieser Position. Wie ihr seht befinde ich mich hier in einem Gebäude. Eingang dazu zeige ich euch sofort. Hier sieht man es. Nach der Questannahme dürft ihr Yol nochmal ansprechen und auf diese Sprechplätze anklicken. Ja, ich bin bereit Yol. An dieser Stelle der Hinweis, dass falls euch das Video hilft, dürft ihr gerne einen Daumen hoch geben. Und oder den Kanal abonnieren, würde mich sehr freuen. Nun heißt es, bringt mir meine Gewürze. Nun hier sind die Gewürze. Mit der rechten Maustaste anklicken. Und dann darf man Yol ansprechen und die Gewürze übergeben. Mal schauen, wie es weitergeht. Die Lauge, die befindet sich hier oben. Und wieder übergeben. Meine Schriftwolle, die ist hier hinten. Wieder übergeben. Nun darf man hier diesen stark riechenden Eintopf mit der rechten Maustaste anklicken. Nun will er das Gewinnungspulver haben. Das ist gleich hier. Guten Tag, werte Herr Herr, oder werte Dame. Die Quest ist nun bereit zur Abgabe. Die Quest ist abzugeben bei Yol der Uralte in Zuldazar. In dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, das Video hat euch geholfen, die Quest abzuschließen. Ciao.